Herzlich willkommen zu einem neuen Video aus der Serie Game Changer auf dem Wiener Wohnungsmarkt. Heute sehen wir uns gemeinsam an, wie sich städtebauliche Erschließungsmaßnahmen und gesellschaftliche Trends auf die Attraktivität von Meidling, also dem 12. Wiener Gemeindebezirk, als Wohngegend auswirken. Starten wir los! Beginnen wir mit einem Überblick über aktuelle öffentliche Erschließungsmaßnahmen. Unsere Recherchen zeigen bei sehr großzügiger Begriffsauslegung drei Ereignisse auf diesem Gebiet. Die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt plant in unmittelbarer Nähe des Traumazentrums Wien, wo sich jetzt noch das Pflegerinnenheim und die Besucherinnengarage befinden, die Errichtung eines Rehabilitationszentrums. Dieses Rehabilitationszentrum soll direkt mit dem Traumazentrum durch eine Brücke über die Kerschensteinergasse und die Kundratstraße verbunden sein, um den Patientinnen die optimale Versorgung zu gewährleisten. Hierfür wurde ein Wettbewerb zur Gestaltung des Neubaus und der Lage der Brücke ausgelobt. Das Siegerprojekt soll in den zu überarbeitenden Flächenwidmungs- und Bebauungsplan einfließen. Grundsätzlich wird Gesundheit und hier insbesondere Rehabilitation ein zunehmend wichtigeres Thema, sodass diese Projektentwicklung die Gegend aufwerten sollte. Auf der anderen Seite wohnt man Tennense lieber neben einem Park als neben einem Krankenhaus. Im Gebiet südlich der S-Bahnstöße von Hetzendorf soll klimaintelligente Städtebau vorangetrieben werden und so zum Klimaschutz beitragen. In der umliegenden Betriebszone soll eine vielfältige Nutzung der Gebäude auch für Wohnen und Kleingewerbe ermöglicht werden. Inwieweit die geplanten Projektentwicklungen zu einer Steigerung der Wohnattraktivität im Bezirksteil Hetzendorf führen, lässt sich für mich noch nicht abschätzen. Jedenfalls dürfte bis zur erfolgreichen Umsetzung noch viel Wasser die Donau hinunterrinnen. Auf dem Rosenhügel, einem Ausläufer des Wiener Wals im 12. Bezirk, entsteht Wiens erstes Wohnquartier in einem Wildgarten. Auf etwa 11 Hektar werden rund 2.300 Menschen mit der Natur nachbarschaftlich verbunden und doch städtisch leben. Rund 1.100 Wohnanheiten soll das Gebiet nach seiner Fertigstellung haben. Auch ein Supermarkt wurde entwickelt. Für eine Wohnblockentwicklung mit unterschiedlichen Wohntypen erscheint das Konzept des urbanen Wohnens im Grünen, individuell aber nicht anonym, wie sich die Beschreibung auf der Webseite der Stadt Wien liest, durchaus interessant. Allerdings stellt sich mir hier die Frage, ob die geplanten Projektentwicklungen wirklich zu einer Steigerung der Wohnattraktivität im Bezirksteil Hetzendorf führen. Ähnlich wie bei der zuvor betrachteten Stachergasse bin ich hier eher skeptisch. Kommen wir somit zu den großen gesellschaftlichen Trends und ihren Auswirkungen auf die Wohnattraktivität der Bezirksteile des 12. Bezirkes. Den Trend zu mehr Homeoffice sehen wir sehr positiv. Die Wege sind insbesondere im Stadtteil Hetzendorf relativ lang, die Anbindung oftmals nicht gut genug und die Mieten für ein zusätzliches Arbeitszimmer eher gering. Auch Elektroroller für die letzte Meile sind sicher eine Bereicherung. Und auch Einkaufsstraßen sind in äußeren Bezirksteilen eher rar, weshalb der Trend zu E- bzw. M-Commerce tendenziell eine Verbesserung für die Bewohner bringen sollte. Wie sieht also nun unser Fazit aus? Kurz zusammengefasst sehr unterschiedlich. Die Details gibt's gleich. Da sich die Attraktivitätsentwicklung einer Wohngegend am besten am Mietniveau ablesen lässt, haben wir uns als Immokalkulator für die einzelnen Bezirksteile die Mietpreisentwicklung einer durchschnittlichen 100 Quadratmeter Wohnung über die letzten eineinhalb Jahre angesehen. In den nördlich gelegenen Bezirksteilen Zentrum Meidling und Tivoli, welche von guter Anbindung und einem breiten gastronomischen wie multikulturellen Angebot geprägt sind, stiegen die Wohnpreise im Ausmaß der Inflation. Im etwas geringeren Ausmaß galt dies auch für den ganz innenliegenden Bezirksteil Gaudensdorf-Fuchsenfeld, wobei hier die gürtelnahen Regionen einem stärkeren Preisanstieg entgegenstehen. In Hetzendorf gingen die Mietpreise sogar absolut zurück. Im Bezirksteil Altmaßdorf verliefen diese seitlich. Beide Bezirksteile warten darauf, durch städtebauliche Maßnahmen wachgeküsst zu werden. Allerdings konnten wir diese in unseren Analysen maximal einen sehr eingeschränkten Ausmaß erkennen. Wir erwarten in den kommenden Jahren eine Verstärkung des Trends, sprich eine Verbesserung der nördlich gelegenen Bezirksteile und eine maximale Seitwärtsentwicklung in Altmaßdorf und Hetzendorf. Als Wiener würde es mich persönlich aber natürlich sehr freuen, wenn irgendwann auch echte Maßnahmen zur Verbesserung der Wohnattraktivität in diesen Bezirksteilen gesetzt würden. Wir hoffen, unser Video zur Entwicklung der Wohnattraktivität des Bezirks hat euch gefallen und ihr konntet einige spannende Erkenntnisse für euch mitnehmen. Wenn dem so war, schenkt uns ein Like und abonniert unseren Kanal. So ist gesichert, dass ihr nie eine Analyse verpasst. Bis bald!